und damit herzlich willkommen zurück zu seven days to die in der meisten schlägerei ja heute ist hier richtig attacke angesagt heute wollen wir richtig was schaffen es mir gesagt ja deswegen sage ich ja looten das mir gesagt die geht heute die halten mehr aus glaube ich jetzt nicht glaubst du nicht ich habe auch ein kochtopf guck mal das sieht aus der mechaniker als wenn der so ein propeller hütchen auf hätte das sieht aus wie ein dolly hast du ihn noch gesehen so aus warst du hier schon drin ich habe so ein messing reizdings da oder was das ist zu sübbeln und ich habe dein leib doch da kommt man auch hoch hier pass auf pass auf ich habe was für dich ich werde uns gleich wieder eine leibspeise wo denn was da oben was ich habe es jetzt nicht platziert weil du gesagt dass du willst nicht nein ich meine wo die zombie braut hier unter mir und hinter dir ich komme ab ihn auch lasst du unseren mut steufe in ruhe du oder muss noch mein wofür haben wir sonst die baumöglichkeiten ich brauche mal einen heizklopper ab ja ich bin immer hier ich bin klempner tim taylor was hast du denn heute mit dem was denn ich bin halt ein echter mann jasmin ich habe ein rohr oh ich dachte du wärst hier auch lang gegangen ja ich finde dich nicht ich finde dich auch nicht gerade ach du bist unten ach so ich bin oben ich gucke oben gerade durch da gab es doch nichts mehr doch da war noch eine tür wo man durch konnte dann ging es durch den flur und jetzt bin ich in so einem raum mit mega vielen kühlschränken ja dann gehen wir mal gucken ja ich muss erstmal hier die das gebiet säubern wenn du verstehst was ich meine okay ich bin entschieden cool hier ist nichts ich habe hier wie aga jasmin heute nacht wird's wild onkel hermann kann wieder was denn hast du probleme ja ich glaube ich ertrinke gleich oh nein leertaste ich komme doch hier nicht hoch schwimm zum ufer du bist lustig ich hänge hier zwischen dem boten fest du trottel nimm mich doch nicht so hoch du musst nur lange genug schwimmen ich komme raus und brauche das Boot ab ja ich habe das schon alleine hingekriegt also bist du jetzt doch raus ja dafür esse ich jetzt dein essen jasmin nee gar nicht ich esse einen kürbiskuchen und ich bringe dir dein leibschgericht 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 oh den raum habe ich noch nie gesehen vorher hier ich gönn dir aber ich wollte dich nicht beleidigen dass das gleich wieder negativ auftritt hier du fällst sowieso nur negativ auf nur egal wo wir sind ich sag nur letztens beim einkaufen ne was war da da war ich aber nicht dabei lacht natürlich du hast mich doch äh klein äh klein genitalierter äh höhenmensch genannt du weißt schon wieder gar nicht mehr wo du redest oder du musst überlegen wie ich das sagen kann ohne dass juli sich verärgert ist mhm genitalierter vom genital verstehst du mhm ist auch so flacher so wie deine oberweite haha 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 ja hittigen jasmin ähm die haben die haben nicht alle bei dir oder ey diese ja und diese kriecher die haben eine range ne beim schlagen das ist der wahnsinn ja ey die hauen dich über landesgrenze ne ich bin jetzt fertig da können wir jetzt meine quest machen ja wir können jetzt dein haus erst looten und dann die quest machen jasmin hm was ist eine kartoffel die ein schuh an hat pantechel haha ich sehe schon wir haben uns nicht mehr viel zu sagen ich habe einen selbst gebauten Stab hm du kannst dir freunde selber bauen mach ich gar mein Fleisch brauche ich auch nicht hm hä wieso mach ich ihn jetzt so schlecht jasmin das hat mir so geknallt was ist rot ireckig und schlecht für die zähne klasterstein äh ich merke schon wir haben uns nichts mehr zu erzählen haha die Zeiten sind vorbei er nimmt hier erstmal das Vogel mit ab jetzt werden wir wohl wie alte Rentner auf der Veranda sitzen stillschweigend nebeneinander unseren Kuchen essen soll ich die jetzt annehmen hier schon? nein noch nicht ich gebe dir äh ein Signal wie du noch hm der war gut Jasmin der war gut äh ich habe Patronenhösen Kartoffelsamen Federn und Kleber Kleber und die wollte auf den Knopf drücken ja das ist so doof und? dann verschwindet das Loot das wird resettet wir können hier doppelt looten Jasmin verstehst du das nicht? ja ja ganz nice was bist du für ein Mensch das dir das egal ist hm sooo nein was denn? noch nicht ich mach doch gar nix ja toll Jochen ja ich muss das jetzt gleich mal machen damit ich noch was zum killen hab hier nein die kommen neu sobald du das machst oh oh das ist aber das ist schon ein Problem oben wa? steffen was passiert hier? alle sterben oh mein god Jasmin sie sind alle tot ich wollte gerade sagen konntest du dich jetzt beruhigen oder ja es geht wieder egal hat er auch nicht so ich war ich bin doch hier noch gar nicht fertig und ich war über das habe ich nicht gesehen ich war halt über deren verlust nicht also ich war nicht so gefasst wie ich gedacht hätte die große kiste auch nicht mitgenommen gut dass ich noch herkomme hier jasmin hier gibt es ein dachboden mit geheim geilen lud den wir noch nie angeguckt haben und ein geheim geheim geilen zombie auf dem dachboden kommt man da hin über die bist die deko tante wie heißen diese komischen gitter an der blumen hoch wachsen können ja ja sowas in der art möchtest du testosteron ich bin das einfach möchtest du der schlagmann band eins haben ja her damit brauchst du ein verband grad nicht später nee ich bin jetzt schon voll du hast ein alkoholproblem nehmen wir noch mal eine 1er armbrust mit ist zwar nur eine aber warum nicht das kann ich klein machen dann kann ich den hier übernehmen können wir hier noch irgendwas klein machen dass ich guck mal durch kuchen den essig jetzt der macht 50 nahrung ich doch gesagt richtig krassen wenn er so vor augen hast und siehst das sogar ist das ein ganz anderes weltbild was du erlebst gold guten pflanze kann weg zwei knochen packe ich auch das hier noch mal klein machen hier ist noch müll der ist leer hier ist auch noch müll hat jasmin sich nicht mal angeguckt hier ich habe mir den müll doch eben da oben drauf war noch mal müll und das war der müll deines lebens also ich will zwar nicht dass du dich aufregst und ergerst aber das war waren zwei lumpen warte ich komm du hast dich schon gestartet ja habe ich doch gerade gesagt ich habe wo ist mein schlagstock nein das ist ja so doof weil ich die komischen heizkörper abbaue ich das baue das ab ich verteidige den das dach ich bin der wächter weiter der drohte augen und vom kippen was brauchst du hilfe oder kann ich schon luten ans luten perfekt ich habe den gleich weg naja was hält der so viel aus ich bin gleich tot soll ich runterkommen schnell ich habe ihn ok ich habe ein gebrochenes bein gebrochener hand geil ja eigentlich ist das nicht sogar ein bisschen kontraproduktiv ich habe auch voll viele bücher ich habe hier was für dich wenn du bock hast ich finde auch immer voll viele bücher die ich noch nicht gelesen habe das kann ich nicht nehmen ok das dach ist leer schleich schadens bonus ist schadens bonus eigentlich schleich werbung was nimmst du nicht mit ich durchforste mal die küche 18 kohle kann ich nicht nehmen hier ist noch säure die ist glaube ich schwer zu kriegen ne ich bin hier so viel essen später ist wieder alles leer 38 leben jasmin der tach ist gerettet sind die ganzen zombies tot hä nein hier ist noch ein buch geier sind üblicherweise in der wüste anzutreffen verletzt und sterbende beutetiere ziehen sie an versuche bei geiern warum bin ich da noch hier oben äh das was ich rausgeschmissen habe geh weg ich wills aufheben hab ich kein platz für warst du hier schon jasmin da waren noch zwei blatt klopapier in der toilette die waren nur einseitig benutzt die waren nur einseitig benutzt wo willst du jetzt hin zum händler ja ok äh oh gott ich habe doch so viel gesüppelt ne wieso habe ich denn schon wieder durst ich muss mal gleich gucken wie viel trinkskala wir haben dass ich vielleicht besseres trinken mache da sind noch fünf federn drinnen die kann ich nicht mitnehmen in den schlitz der ist wie für eine axt gemacht hast du noch ein slot frei ich bin zwei überladen also hast du noch platz doch du hast ja noch platz nein da ist fleisch ja deswegen ja und ich bin komplett voll die knochen schmeiße ich aber raus da können wir kleber draus machen und da haben wir noch knochen gut ja nimm doch mit jasmin wir haben es wohl nicht nötig ne ich habe meine vorhin aus dem inventar geschmissen damit ich was anderes ach ja ja sag blöds sag blöds ach ich kann endlich mal was trinken ja was trinkst du Wasser ok so Apfelsaft Pipi Pipi Wasser so ich habe ja gar nicht den Händler markiert ich habe ja die Hütte markiert das war lustig du olle Spielkalb jetzt habe ich mich selber geblockt Mensch jetzt hör doch mal auf ok haha der musste noch sein oh 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 ich will mal gucken ob ich da Honig rauskriege ja ok versuch dein Glück go jasmin go jasmin oh das tut mir leid für dich hast du schon meinen brennenden Hammer gesehen? guck mal toll sieht das cool aus? ganz nice ich hätte jetzt eigentlich mit mehr Begeisterung gerechnet wow ein brennenden Hammer hu 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 ja weil es sieht ja schon cool aus oder? hm dann muss man ja schon sagen dann muss man ja schon sagen irgendwie drücken wir die ganzen Kopfhörer rein die drücken? hm kann das nicht ab am Kopf ich habe hier ein Haus gefunden ich glaube da war ich noch nicht ich schon stimmt hier war ich mit dir nee nee ich war in dem einen Haus alleine gestern nee am Anfang ich glaube am Anfang äh des Let's Place da waren wir hier relativ am Anfang ich weiß dass ich da alleine war ach jasmin das macht schon Spaß mit dir gerade ich sagte doch ich war da gestern alleine ich bin ja richtig motiviert hier mit mir zu reden ja ich habe krank aufgewertet oh ich auch wegen der alten hier da kommt ein Schluss raus ne heftig er hängt da fest uh der war ja so präzise jasmin das hättest du sehen müssen hm das ist meine ne Kugliertasche aber die ist leer hm 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 brauchen wir Scheinwerfer? Stolperdrahtpfosten? ah ah oh Gott holzfellert blaus hier oh 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 k der ist aber athletisch unterwegs doch wie so ein leiter Lied ach das kann ich alles nicht nehmen hm eigentlich nicht sage ich mal Maismehl Einen großen Scheinwerfer zum Aufstellen. Ich weiß nicht. Die musst du ja irgendwie auch betreiben, oder? Keine Ahnung. Kaffepulver. Aber das brauchen wir nicht. Wir können selber Kaffee machen. Ich habe hier auch nur eine Dose. Eine Dose. Und Heidelbeeren. Jasmin. Ich habe Heidelbeeren. Mmmh, lecker. Die habe ich jetzt auch alle gegessen, weil ich keinen Platz habe, die mitzunehmen. Was eigentlich dumm ist, weil wir hätten die ja rein theoretisch auch anbauen können. Ja, so bin ich. So, da geht gar nichts mehr. Hier haben wir noch einen Schrank unberührt und Kaffepulver. Was hast du denn jetzt cooles gekauft? Doch, gar nichts. Überall ist hier nur leere Dose und Gammelfleisch. Ich habe doch das Looten habe ich gelevelt. Ich habe die Glücksbrille auf und ich finde nur Schrott. Und Stress. Stress finde ich auch öfter. Du bist überlastet, sagt er mir. Geil. Na, komm. So, das haben wir geklärt. Ähm. Das ist meiner. Ich habe eine Stufe 6 Schlagknüppel. Für die Mod habe ich keinen Platz. Ich kann die auch nicht zerlegen, also kommen die weg. Das habe ich vorhin schon rausgeschmissen. Ausgeschmissen. Aha. Schlawiner. Clever, clever. Ey. Wieso habe ich zwei Schläge gebraucht? Ich denke, das ist eine Stufe 6 Knüppel. Bogen schießen für Ranger Band 4. Verkaufspreis 100 Dollar, aber ich habe es noch nicht gelesen. Panzerbrechende Pfeile. Rüstung ist nutzlos, wenn der Pfeil sie einfach durchbrechen kann. Lerne Stahlpfeile und Bolzen zu fertigen. Habe ich mal gelernt? Werden wir wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Barackenstuhl. So, was bietet uns denn der Keller noch, Entzücknis? Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Bist du bescheuert? Jasmin hat man mitgekriegt, dass ich mich dezent erschrocken habe. Ja, man hat meine dezenten Züge mitbekommen. Achso, das ist ein... Oh. Ich habe hier ein Rezept Öl. Ich hätte gerne, dass du das lesen... Okay, ich nehme es dir mit. Ich habe ein Problem für unsere Lösung gefunden. Oh. Poppenpilz versiegelte Versandkiste. Nice, ein Verband. Hier kann man schöne Lumpen draus machen. Lumpen. Alle? Eine Dose. Und Jammelfleisch. Oh Gott, Jasmin. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich hier noch machen soll. Stein kann raus. Ich bin aber auch schreckhaft heute. Heute? Ja, nur heute. Ausnahmsweise. Genau. Wegen der besonderen Anlässe. Oh. Ich würde gerne mal auf dieses Hausboot da. Kommst du mit? Äh, ich müsste mich vorher einmal entleeren. Ja, ich muss auch erstmal einmal... Winkeln? Nee. Ich denke, du willst dich entleeren. Meine Sachen wegbringen. Achso, ja, das habe ich auch vor. Dann mache ich das mal eben fix. Schraubenfelern kann ich nicht mitnehmen. Das ist ja eine Frechheit. Wie lösen wir das? Hallo, Bob. Das ist Bob, der Koch. So, wie viel? Äh, warst du noch hier? Ich bin mir echt nicht sicher, ob der... Vielleicht ist der Stufe-6-Knüppel gar nicht stärker, sondern hält nur länger. So eine Theorie von mir. Hallo, Jasmin! Oh, cool. Ich habe sogar was für dich. Oh, du wirst dich freuen. Also, wenn du mir jetzt nicht in die Arme springst, ne? Dann weiß ich auch nicht, wie ich dich noch glücklich machen soll. Pass auf. Machen wir... Das hier. Was soll ich denn... Achso. Ja? Und? Wer springt mir vor Freude in die Arme? Oh, oh. Ich nicht. Ach, in dem Haus war ich auch noch nicht. Glaube ich. Hä, das war doch letztes Mal nicht. Sie geht eiskalt weg. Warst du da schon drin in dem Heizhaus? Hallo. Hallo. Du beachtest mich gar nicht. Nee. Das ist aber frech. Ach, Jasmin. Ich weiß nicht, was ich mit dir noch machen soll. Oh, ich hätte die ganze Zeit ja Sachen ins Fahrrad schmeißen können. Ob du das irgendwann mal lernst? Hä? Hä? Ja. Ich bin definitiv lernfähig. Ich bin offen für Neues. Aber du bringst mir die Frauen. Was? Was ist denn hier noch alles? Ich denke, du warst hier. Hä? Ja, ich habe doch nicht jeden Graben durchfohlen. Ich war nur in dem Haus drin. Da hinten links sind auch noch Häuser. Ja, aber ich bin eigentlich voll. Aber ich kann was ins Fahrrad packen. Musst du wissen. Ja. Äh, ich muss mal kurz weg. Pass mal auf mich kurz auf. Ja, ich muss dich dafür finden. Wo bist du denn auf der Brücke? Ja, auf der Brücke. Ja. Ich habe gerade zweimal zu dir geguckt und bin mit dem Fahrrad gegen Schild gefahren. Beide Male wollte ich abbiegen in dem Moment. Äh. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wie? Ja. Wieso geht denn das nicht? Die ist sicher. Soll ich das noch alles zu Stein aufwerten? Ah, Blutmond. Und wir haben ein bisschen Munition. Aber wir werden wieder hauptsächlich mit Pfeile kämpfen. Ganz bisschen hiervon, ganz bisschen davon. Schon recht mager. Vielleicht die Armbrust mal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einmal nicht. Jetzt halte ich hier Wache wie der Falcon. Was richtig geil gemacht ist, ist echt das Wasser. Also gut, das Ufer ist so sehr linear, sage ich jetzt mal. Aber so diese Wasserwirkung selbst finde ich geil. Oh, klar. Dir kann nichts passieren, du bist sicher. Ja, hab ich noch schon gesehen. Du musst alle mitnehmen. Ich kann die nicht mitnehmen. Ich muss die auch wieder wegschmeißen. Zerlegen. Ich bin voll. Mist. Mist. Während das Brot misst. Mist. Alle zusammen tanzt das Brot. Ich komme mir immer richtig vor wie so ein richtig cooler Jugendlicher, wenn ich so ein Wheelie mache. Oh, guck mal. Fast ein Backflip. Willst du den Stein abbauen? Ist das Kohle mit bei? Ah, eine Kohlemine. Schau mal einer an hier. Hast du immer noch keine, ähm, Eisenspritzhacke? Bin ich doch eh. Alter, bist du... Weil du eben den Vorschlag cover genommen hast. Ja, weil es schneller geht. Weil der mehr kaputt macht. Ja, aber der nimmt weniger mit, oder nicht? Nee. Da kriegst du auch weniger raus, denn... Keine Ahnung, du hast ja dazwischen gefunkt. Hm. Du bist so blöd. Walsch. Machst du den weg? Ja. Ich mach ihn weg. Ja, Alter, ey. Leg doch dein Fahrrad gleich auf den Stein, dann hau ich nächstes Mal nochmal drauf. Ey. War gut, oder? Hm. Für dein Fahrrad nicht so toll. Hast du da raufgehauen? Ja, aus Versehen. Ey, Jasmin. Ich weiß nicht mal, ob das Schaden gekriegt hat. Stimmt. Huch. Ach, diese Ausdauer. Jasmin. Hm. Ich sortier zuerst meine Sachen aus. Oh, warte, 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 den nehm ich mit. Äh, da. Ey, runter von meinem Fahrrad. Hey, hey, da kann er gar nicht rauf. Ich hab nur gerufen, ey. Nee, nee, nicht anfassen mein Fahrrad. Das ist mein Fahrrad. Voll leiser, ey. Nein, nicht anfassen. Ich hab heute dein Auto sauber gemacht, ja, also darf ich ja wohl dein Fahrrad anfassen. Toll. Wegen dir hat das einen Platten, ne? Nein. Guck mal. Hm. Dann mach ich den rauf, Ronda. Nee, am Vorderreifen ist keine Luft mehr drauf. Hör auf, mit meiner Hupe zu spielen. Ich darf damit spielen. Hä, wo ist denn die nächste Quest von mir? Irgendwo ist hier was verbuddelt. Oh, äh, hast du... Komm mal her zum Briefkasten, bitte. Guck mal in dem rein, ob du das schon hast. Hab ich schon. Hast du... Oh, das hab ich nicht. Willst du, äh, Sperrhunterband 1 haben? Hab ich auch schon, toll. Ja, dann guck mal, ob du das hier hast. Ja. Nee, das hab ich noch nicht. Hm. Wir könnten die Bücher, die wir schon haben, dem Händler verkaufen. Weil die bringen ja 100 Dollars. Aber ich hab keinen Platz zum mitnehmen. Ich muss jetzt erstmal meine Quest erledigen. Hm, warte mal. Hm. Ja, ich springe erstmal mein Stub weg. Du musst was ausbuddeln, Robert. Ist das nicht beim Schraub platz oder was? Oh, nee. Musst du säubern? Nee, äh, finde die vergrabenen Vorräte. Die vergrabenen Vorräte? Wir sind bei 38 Minuten. Ich bringe meinen Stub weg. Ach da. Wobei mich das ja schon interessiert hätte. Da muss ich da bestimmt rein, ne? Ich weiß nicht. Ey, das hatte ich noch nicht. Nee, irgendwo hier. Na, ich will schon wissen, was das ist. Ah, warte mal. So, so, so. Dann machen wir einen Cliffhanger da raus. Okay. Nächste Folge gibt's ne kleine Schatzsuche. Schaltet wieder ein. Ich würd mich freuen, wenn ihr dabei seid. Die Jasmin hier den... Das geht vielleicht schneller, als ich dachte. Jasmin, kannst du aufhören? Hör mal auf. Hör mal auf. Da können wir die Vorräte... Cliffhanger. Spannung aufbauen. So, wenn ihr wissen wollt, was in dem Schatz ist und ob Jasmin den gefunden hat, schaltet morgen wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.